Hey, wie wär's mit nem Prinz? Da ist ne riesengrauzone in Wie wär's mit nem Prinz. Ich könnte dir einen herzaubern. Oh, nein. Eben, du könntest dann mit dem den Rest deines Lebens kuscheln. Habt ihr meinen Palast gesehen? Pass auf mit deiner Wortwahl. Das Detail entscheidet den Deal. Alles klar. Was ich nicht verstehe, wenn sie dich schon gut leiden kann, wieso dann verändern? Hab ich doch gesagt, ihr zukünftiger muss ein Prinz sein. Ich will einfach nur nach Hause, Mann. Okay, das sollte ich hinkriegen. Das ist eine einmalige Gelegenheit für dich. Ich vermag dich reich zu machen. Reich genug, um eine Prinzessin zu beeindrucken. Was muss ich dafür tun? Bring mir die Lampe. Oh, Meister, der mich rief herbei. Ich halte mich an meinen Schwur. Der Wünsche habt ihr derer dran. Kleiner Scherz. Schau her. Achtung! Ich hab den Dreh voll raus. Jetzt kriegt ihr alle richtig was zu sehen. Hey, wie wär's mit einem Prinz? Da gibt's aber eine riesige Grauzone bei... Wie wär's mit einem Prinz? Ich könnte dir einfach einen Prinz machen. Oh, nein. Habt ihr meinen Palast gesehen? Dein Äußeres ist das eines Prinzen. Dein Inneres hab ich nicht verändert. Showtime. Nein, ich hab das Sagen hier, okay? Ich entscheide, wann's losgeht. Echt jetzt? Ich dachte, eine Prinzessin darf überall hin. Nicht diese Prinzessin. Vertraust du mir? In deiner Welt... Augen auf, es kommt leer. Gib es unendlich viel zu sehen. Und es wird immer besser. Wir jagen frei dahin, sind mittendrin. Und ich teile diese Welt mit dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.